Ich weiß auch nicht, ob es heute immer noch in dem Studio steht, aber wenn, sind es auf jeden Fall Türme, die wir hinterlassen haben. Das ist ja das allerletzte, ich habe noch nicht mehr aufgeräumt, also Mutti würde sich sehr darüber ärgern. Ich halte schnell, bis du verbist. Ich war der schlechteste Kellner der Welt, richtig mies, mit langen Haaren, die man in die Suppe reinkam. Oh Gott. Das war's für mich, es scheint, dass du viel zu tun hast.